Das ist ein Heimspiel für ihn, als er mit euch auf dem Ebene gestanden hat, denn er kommt von uns. Jetzt ist der Sieger der RTG-Show-Supertalent, hat inzwischen über 500.000 CDs verkauft mit seiner Musik. Am 15. Februar geht zu ihm auf die große Deutschland-Tour. Am 20. Februar ist er hier im Kulturpalast ganz der Nähe in Griesen. Herzlich Willkommen zu Hause, Junge. Hier ist der Mann mit der Lundermodikar. Und jetzt will ich auch das Schwanz sehen, denn hier ist der Gretel, mit You'll Never Walk Down. Hier ist der Chat, Peter. Das ist aber so richtig. Amen. 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 Ein Spiel für den Bandit der Wunsch-Amonika aus Lübbenau. Lübben. 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 Michael Rutte am 15. beginnt der deutschen Tour. Und 20. bis zum nächsten Mal, der Mitarbeiter Wolfsgepp und Marken für die Kulturbelast gebeten. Danke, Jungen.